Ach, liest du schon wieder die Bildseite? Du weißt doch die Sprachen zuerst mit den Toten. Ja, das hast du ja diesmal. Weil, guck hier. So krank ist ihre Lebensversicherung. Da geht es ja um Leben und Tod. Das ist ja so. Lass mal gucken. Es geht eigentlich mehr darum, was die Lebensversicherer momentan so schaffen. Und da haben die 75 Anbieter hier getestet. Und das sieht bei 20 überhaupt nicht so gut aus. Also ich meine, wir sind hier im grünen Bereich. Wir verdienen für unsere Kunden das Geld. Aber was mich halt ein bisschen irritiert hat, hier tauchen dann ganz interessante Namen auf. Das heißt, HDI. Ja, HDI steht hier. Also ist ja Maklers Liebling. Was dann hier auch steht, beispielsweise die Gotha. Und ganz interessant, HUC-Coburg schafft also auch nicht mehr die Zahlen, damit sie ihre Kunden befriedigen können. Die müssen hier richtig Geld zuschließen bei der HUC-Coburg, weil die haben hier ein negatives Ergebnis. Boah. Da muss man halt wirklich auch als Verbraucher gucken, wo man es am besten macht, ne? Weil... Also ich kann da wirklich nur sagen, und das sage ich ja auch seit vielen Jahren, und ihr wisst ja, ich mache das über 38 Jahre. Aber ich sage halt, seit 1991 hoffentlich Allianzversichert. Ja, das kann man wirklich laut sagen. Wenn man das hier liest, dann mal hoffentlich Allianzversichert. Ja, Hedlheim, kommt mal in die Nasseröher Straße, weil hier kriegt ihr ein gutes Produkt von Allianzleben. Wir freuen uns auf euren Besuch.